Hitradio FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython 73 und Echse, eure Tierfluencer. Heyo Leute! Was geht? Heute wollen wir euch mal ein Tier vorstellen, von dem es schon zahlreiche Filme gibt. Ja Mann, wir meinen den Hai Nörlauterbach. Schon seit Jahren schwimmt er auf einer Erfolgswelle. Vor allem seine Mimik und Gestik sind besonders herausragend. Allerdings braucht man sich vor dem Hai Nörlauterbach nicht zu fürchten. Selbst beim Überreichen eines Bambis fällt er nicht darüber her, sondern übernimmt es behutsam und schaut, dass ihm nichts passiert. Es wird vermutet, dass er immer noch darauf aufpasst. Ein Hai Nörlauterbach kann ein ganz schönes Theater machen, aber ich habe noch nie erlebt, dass er irgendwie von der Rolle war. Außerdem kann er sich mit anderen Tierchen nicht in die Haare kriegen. Der beste Freund vom Hai Nörlauterbach muss übrigens beruflich mit Tieren arbeiten. Viele von euch kennen ihn unter der Bezeichnung Ochsenknecht. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf MoodTube. See you und denkt dran, reinschauen rentiert sich. Hitradio FFH. Tierisch gut.